Ich habe gleich erstmal eine schöne Aufgabe, ich werde in den Keller gehen und werde einen Brödelschlitten schmürbeln. Hey, da wird unser Schicki mit angegriffen, von so einem blöden Fliegeviech, weil das die blöden Bären haben will. Armes Schicki, armes Schicki, ganz ruhig, ja, das hat mein Schicki. Nächstes Mal will ich auch eins kriegen, ja, ich habe jetzt noch keinen Dino. Ich gehe ins Bett. Geh ins Bett. Ich werde da unten stehen, weil oben sehe ich nichts. Kommst du mit mir ins Bett, Lumi? Ich komme mit dir ins Bett. Juhu. Yay. Dann müssen wir uns mal fahren in die nächste Baseball eigentlich. Lumi hat sich wirklich ins Bett gelegt. Aber wie sie hier liegt! Oh, ne, dat wollte ich net. Ich habe eventuell gerade Steuerung gedrückt, eine Steuerung ist angreifen aus irgendeinem Grund. Ich muss es mal umlegen. Ja, Licht. Mir ist jedenfalls kalt. Sieht auch gut aus, wie Lumi hier liegt. Wie Felix aussieht, wie der Rastermann, der erstmal schön eingezogen hat, ey. Ich muss ein Foto machen von der Lumi. Wie Felix aussieht. One Eternity later. Ja. Nehmen wir den jetzt oder nicht? Sie müssen erzählen ja, dass was für sie gut ist. Ich klug da hinten, dann sehe ich euch. Ich wollte jetzt die Bulla draufwerfen. Er hat gekackt. Das macht den Sympathen. Ich habe ihn. Audin! Ich bin schon dabei. Er kommt nicht weg. Nee, die Bulla hilft da. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade reinkomme, aber wenn dein Chat ist anscheinend gerade wieder kaputt. Meere Craften, sehe ich doch gerade. Äh, hast du jetzt, äh, oder nicht? Meere Craften, das letzte, was ich sehe. Nee, gut. Dann hat sich's. Ich habe nur noch keine Zeit gehabt, um darauf zu reagieren. So, der kann erstmal eine Weile treffen. So, sehr gut. Hat funktioniert. Yeah. Jetzt muss ich mir einen Namen ausdenken. Ist er männlich oder weiblich? Oh, ich wollte den männlichen. Der ist weiblich. Dann können wir gleich noch einen machen. Da hinten läuft einer. Aber die Effektivität ist voll niedrig. Wie nennen wir dich denn? Du bist ein hübsches Mädchen. Hier ist kein Sattel dabei. Ich wollte immer Sattel holen, ne? Dann müsst ihr euch um den Dingens kümmern. Ich habe jetzt jedenfalls einen Sattel und so alles dabei. Bin auf dem Weg. Ich muss ihn ja irgendwie jetzt benennen. Wie nennen ich sie denn? Nennen sie Temtem. Nein. Ja. Wie wärs dann mit Wilma? Nein. Ich spart das Lernen. Okay. Ich gebe dir irgendeinen Ausgaben. Nennen sie... Können sie's... Okay. Ich hätte sonst gesagt, nenn's doch nach irgendwie einem Spitzennam für deine beste Freundin oder sowas. Lass mich ran da denn. Damit es hier nicht der echte Name ist. Das ist ganz witzig, weil dann hätte ich jetzt nämlich schon zwei beste Freundinnen in unseren Dinos. Bei Kira... Das war meine beiden Ängsten. Kira ist nämlich meine quasi zweitbeste Freundin. Achso. Ne, die sind nicht gezähmt, aber die zähmen sich so. Das meinte ich. Dann sind deine besten Freundinnen eben Dinos, mein Gott. Okay, dann gebe ich dir jetzt den Namen meiner Besten in einer etwas veränderten Version. Bin ich jetzt mal gespannt. Was denn das da? Eine Ente? Ja, das sieht irgendwie aus wie eine Ente, aber... Jo! 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 Ich bin vor allem die gehen voll ab, die Fächer! Wann haue ich denn eigentlich nochmal? Jo! Was? Wie haust du den? tubes... Ob wann! Wann? Ja, du musst schon immer hauen. Der hat der Seil... Falls die Bewusstlosigkeit zu niedrig wird, gehst du ins Inventar und drückst eh auf das Narkose... Narkosemittel! Gott! Narkase! Das Ding ist weg! Das ist zu niedrig? 0 ich glaube ich bin kein experte ich denke ich würde ihm so gern meinen namen einbrennen der schnucklige parasaurus das ist ja er hat gerade mich hat einer hier geschlagen ein flugsau ja und mir so wäre der hier oben rum fliegt wahrscheinlich ja er kommt zurück oder wie ich nicht fangen ja die klauen die sachen der hat einfach mal jetzt will er weg kannst du auch wenn du mir eine normale lumi reiten ich mache jetzt das feeder kaputt den blöden blöden bleiben sie jetzt hier ich brauche holz kurz zurück zur base ich muss mir der cloud ich sage ja das haben wir schon mitgekriegt ist dass wir uns was normalerweise heißt ein bus menschen weil wir nicht zusammen sind freistell aufwachen gelassen lässt er verfallen wenn der tipp bei waffen so bei waffen lässt sie einfach fallen scheiß viel aber das ist auch ein antrag ich wollte bloß zurück zur base um mir eine neue zville zu machen komm schon ja geh doch du drecksvieh hast es verdient so endlich der ist tot wir haben den nächsten noch nicht gemacht weil der weg ist wenn ich habe hier in nn das ist ja das ist ein fleischfresser den kann es auch nicht reiten den kann es einfach kaputt machen mein dino hat sie festgepackt stellen auf folgen und geh weg der wird angegriffen warum bin der angegriffen wie kann ich denn angreifen mit links klick kann dann die nur angreifen er kann sie auch von ich bin vergiftet was soll ich mal absteigen ich habe das gefühl ich werde gerade mein dino wird gerade getötet die hp siehst du rechts oben wenn du auf dem dino sitzt ja der wird gerade getötet wie steige ich denn ab eh vielleicht ist er da hau ab aber du kannst eigentlich mit dem dino auch angreifen ja aber der hat ihn nicht getötet ja du musst mehrfach angreifen ja das dachte ich mir bei deiner spiellogik verständnis dachte ich mir das ich habe ihn getötet ja genau ihr habt das vorher nicht gesehen ich glaube ich habe den wiedergefunden den ich haben wollte könnt ihr zu mir kommen der ist am ende der bucht macht euch nicht über den lustig die ihr nicht gesehen habt wobei der ist nur schwarz der ist halt einfach nur schwarz oder dunkelgrün wow das war der den wir gerade gezähmt haben der ist gerade gestorben das ist jetzt nicht witzig ehrlich gesagt ich nehme den hier nimm den sattel wenigstens mit ja den wollte ich ja auch moment ich mache hier die bolad rum wie lange musst du das eigentlich aufladen ich such dir nie wieder deinen dino wie wie drehe ich die hier kann man die auf der stelle drehen die blöden dinos oh was ein rechtsklick äh äh schicke guckt so arrogant und freut sich drüber dass tamia tot ist als ob der hätte doch jemanden zum vögeln gehabt warum soll er sich freuen dass tamia tot ist genau er guckt dich vorwurfs vor an dass du sie hast sterben lassen mal genau gewusst hat dass sie ihn nicht ran lassen leute können wir die vermehren weiß ich nicht ob wir die vermehren können ach so ja ich glaube schon ernten ja wir können die auch ernten indem wir sie tot prügeln ich mache jetzt nochmal nebola wir züchten die dann ich suche mir jetzt neun warte mal wie bauten gabst du mir nebola mit auf dem weg und ich suche mir jetzt mal einen du willst den alleine ko schlagen dann oder was naja wenn ihr nebola habt das ging jetzt relativ schnell ich brauche noch ein bisschen ich kann dir erstmal meine geben alle bobby was muss mit euch malen lassen hier brauche noch ein bisschen stroh dann dafür